Macek, danke für deinen Follow, auch dir. Moin Moin und Willkommen bei GAME A GANGSTAR. Ah, nicht wieder so wie gestern. Ja, gute Position. Oh, drei auf Linie. Komm, mach's dir einfach. Ja, vierer, jawohl. Jawohl, das sind schon vier auf safe. Jawohl. Die Rache, die Rache am Roman Legion. Ja, voll ist sie, voll. Jawohl, jawohl, jawohl. Vierer und Fünfer. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, ey. Wahnsinn. Komm, die Doppelte. Ja, gestern war wirklich so bitter gewesen. Vor allem das Roulette. Gar nicht mal so. Und das auf ein Euro. Aber insgesamt natürlich geiler Start. 2788X. Top. Top. Wir sehen unslikії. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Sind wir vielleicht auch nicht bedan Amy Moin? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, wir haben so viele Spins jetzt. Komm schon, mach das, okay? Purples! Yes! No, das ist nicht... What? Ani! Oh, ho, 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 holy shit! Wow, ho, 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 holy shit! To bad that wasn't the purple man. That is just a mad thing. Wow, 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 that's like close to 1500x, bro, sick. Come on, on the race. Here, easy for me. Kakalo. Come on. Three is a good start. Hello, Pascal. I'm lazy now. Oh, yeah, 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 one more, one more, one more, one more, one more, no. Ford is good, Ford is so good, but my god. How is that? Oh, yes. Holy shit. It's a bull spring. Oh my god. Oh my god. Oh my god, that's a, oh my god. Holy bonus. Look at this. Oh my god, that is huge. Oh my god, that is huge. Sh탄ke. What the hell is that? What the hell is that? What the hell is that? That's the first spinner at the same time. ... what the first spinner at the same time. Oh, the wilds, midas. Three wilds with midas. das ist mal fucking acht das ist mal fucking acht das ist der übelste hitmann 300 fucking neun euro alter umsatz ist hier sowas von real denke ich holly shit man jetzt glaube ich nicht dass er jetzt noch was kommen ist über sieben siebenhundertfünfte exe junge das gibt kein so ein ende ja ok direkter wie trigger den ersten spin oder was wir nicht mal gesehen haben nice du kannst du starten jetzt machen wir alles gut wieder queets sehr gut schön jetzt geht es ja mal los jetzt jetzt fängt es an hier jetzt kommen wir richtigen profit land kommen jetzt kommt ein bisschen länger jetzt noch mal jetzt kommen another one another one und ruzzle merlin alles wieder gut was er in letzter zeit verkackt hat oder was was ist hier los los jetzt kommen jetzt noch einen retrigger come on den muss er machen er macht ihn er macht ihn noch einen retrigger der ist wichtig der ist so wichtig gerade er war so wichtig jetzt los hier erstes brilgm symbol symbol und 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 alle und und aber fullscreen boom ein bonus aber wieder alles raus hier jawohl noch ein re-trigger holy shit endlich come on also wenn wir alle noch einen komm vier boom alter jetzt geht es mir rund alter ein bonus reißt es halt wieder komplett raus ey wahnsinn das gibt es nicht come on boom man noch einer das gibt es nicht oh scheiße was ist denn hier los wir holen uns alle re-trigger in dem game oder was scheiße das gibt es nicht was ist denn da los das gibt es nicht noch einer da sind wir auf youtube und dann sind wir einfach legendär da sind wir legendär dann haben wir es geschafft alle re-trigger zu bekommen one more and all re-trigger einer nur noch roter 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 oder maddie es ist maddie roter oder maddie 50 50 50 chance die haben alle re-trigger vier Stück wir haben alle re-trigger boom boom alle re-trigger Hallo youtube Hallo Casino Grounds Hallo alle JJ Casino haben alle re-trigger in Rise of Merlin und alle die dabei waren können sich glücklich schätzen dass sie diesen Moment miterleben dürfen ja die hat er oder ja die hat er ja heiß 2000x sehr gut Wahnsinn Gratulation ja danke das weiß ich das ist äh ich hab mal geschaut was er jetzt macht Big win 2000 über 2000x 15 Bodys haben wir noch 4028 15 13 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 21 23 23 ...to reach the 300x, because... YES! Because of that! Because it's very hard to reach the 300x One more! Yes! You ask and you shall receive! Okay, now we're at 25x Oof! Okay, okay, now we need to hit something Ah, please hit something Let me trigger on 300x Yeah! I'm going to trigger on 300x I'm going to trigger on freaking 300x Oh, yeah baby! Get in! Oh, if we get one line Oof! Come on wilds! Come on wilds! No! No! Keep going baby! Maksovic, thank you very much for the follow Oh, no way! No way! No way! I'm not only drinking on 300x! Magic! OH, NO! HAHAHHAHHAHHAHAH A SPINNNN! NICE! 2000x Bruder, yes! NICE. get in 10 pound bonus just before we start the quads as well come on now bring it up don't give me death spins now please no 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 10 pound bet that pinup was 50 high that was pretty good yeah queen yes no it's a miss i think what is that no hit please no no green gem no please come on yes why are you running why are you running what's a fucking start what's a start to stream oh my god what what the fuck is that that did not just pay 24 grand oh the fuck man what is that how did that pay 24 grand how what the actual fuck is that what is this bonus oh you've got to be fucking joking you have to be joking 24 grand in one spin it cannot be serious it's still going what is this it's 25 grand up and i'm getting re-triggers before i start the quads fucking mental 100 points for everyone on twitch i can't believe what i'm saying it's still going it's this raw there's no deposit bonus on this this is straight cash i'm on dunder i don't use deposit bonuses on dunder 25,828 quid you're fucking crazy you've got to be joking well that's my second biggest ever win second biggest ever win that's my second biggest favorite why do you like it